Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Fortnite Barriade Spiel bei heute, der Malte ist auch wieder mit dabei Moin Moin So, wohin? Okay, Pleasant Park Unkraut Der ist weit weg, wo wir Glück haben, geht da gar keiner hin Der 5050 Moos ist auch wieder da Ich würd gern mal die Buji Bombo bekommen, die neue Granate Ey, ist scheiße Hast du die schon gehabt? Nicht nur einmal Ich hätte sie erst einmal Und der hab ich dann nicht benutzt Was macht die denn genau eigentlich? Die soll die Gegner zum Tanzen bringen Wenn du einen tröst, dann hat der eine Diskokugel über dem Kopf Und der tanzt ca. 10 Sekunden lang Das ist doch eigentlich gut Er kann zwar weglaufen, aber er kann halt nicht schießen Ja, der ist doch ziemlich nützig, oder? Aber du musst dich treffen Ja So, aber ich glaub da unten läuft schon einer Wo wollen wir landen? Ich geh zum Baum, okay Wenn da noch keiner war Ich guck Ne, die Kiste sind ungelootet Da war noch keiner Ähm So, eine Kiste ist minimal da Ja Aber ist nur eine Kiste da? Ey, der Mate geht einfach zu mir ins Haus Anstatt zum Haus daneben zu gehen Nein, er geht zu mir ins Haus Ach, gehst du da oben hin? Okay, dann geh ich woanders hin schon mal Dann lukeh du das Haus Ich geh hier Auf die Tarn Ne, machst du grad schon Ich wollte die Truppe fußballplatz Was hast du? Ah, ich hab ne Maschinenpistole grün Na hier, warte Äh Was ist mit der Truhe los? Ah, jetzt Ich back momentan richtig Ich back momentan richtig Ja, da oben ist was episches Zum Beispiel grad hat mich jemand äh Wiederbelebt Aber es war einfach weg Nesgar Sprungfläche nice Ist nur eine Sprungfläche Da wie Nesgar Ja, dachte ich erst auch gleich mal benutzen, oder? Ich lass mich mal durchdrucken Ja, aber Vor, vorne im Spiel bringt das noch nichts Würde ich später benutzen Am Anfang bringt das noch gar nichts, glaube ich Hm Wie viel Muni hast du? Ich hab 47 Maschinenpistolen Muni Und 30 Sturmgewehr Okay Hast du auch ne Maschinenpistole? Ne Kannst du mir einen kleinen Patronen geben? Ja Weil Ich brauch die nämlich für meine Maschinenpistole Ähm Weil ich hab halt nur 47 Schuss in der und dann ist die halt sehr schnell leer So, 83 ist schon besser Hier, ich hab noch was Hm Okay, danke, nice Hm Guck mal jetzt, Robin, hier Was? Ist das ein neues Mode, was du freistellst? Ja Oh, nice Ich muss Ich muss Ich muss, glaube ich, noch an Missionen muss ich machen 3x50-50 spielen Das musst du, glaube ich, aber auch machen Das ist ne Event-Mission So Nicht? Ich muss es aber machen Achso Ähm Ja Ein frisch aufgenommenes Ja Schildrand Schildrand Dann die Kiste Ich hab auch ein Medik-Schild für dich Nice Ich hab übrigens auch ein Medik-Kit Nimm mit Nimm mit Das hab ich schon das Medik-Kit Das hab ich nicht eben mitgenommen Ist mir grad nur eingef... Ah Ich hab Verbände Salve brauche ich nicht Ähm Hast du Verbände? Wie viele? 5 Ich nehm keine Verbände mit Ich lass mal in den liegen Okay Wie viel hast du denn? Ich bring dir 5, hätte ich Die kannst du ja noch abholen Soll ich dir die nehmen? Weil... Ja, die liegen im Haus Ich lass nämlich hier was fallen Okay, nein Ich geb dir meine Tactical Weil du mit der normalen Palm-Pair nicht spielst Okay, danke Ich guck mal im Haar Ah, hier die, ne? Mini-Schild Ja, nimm die mal Nein, ich hab die normalen Schild Wo sind denn die Mini-Schild? Ja, ich hab sechs Stück, aber die kannst du eh nicht mehr nehmen Ach genau, ja Zu spät Achso, ich hätte... Ach, mach mal Ich hab mich verteidigt Ich hab falsch rum gemacht Man muss erst den und dann So, hier ist eine Falle noch Ähm Also, wo hast du jetzt was gedroppt? Ich hab ganz oben Verbände Okay, die hole ich mir kurz So hat der Mate die schon Äh, wo ganz oben? Oben, überhalb der Treppe Ja, ich hab da doch so eine Mini-Treppe noch Ja, ich hab sie Ja, ich hab sie So, wo sollen wir jetzt hin? Hm, ich hab noch ne Idee Komm mit, wir folgen einfach Wenn da nämlich noch keiner war können Jedenwert geschossen Jedenwert geschossen Jedenwert geschossen glaub ich Oder ein Lothar geöffnet Ich weiß nicht Wo die Sachen hab Achso Ich hab grad Sachen abgebaut Das wird Daran Wir gehen hier den Weg bis zum Campingplatz durch Und dann gehen wir in die Zone Wir haben noch eine Minute 20 Wo ist denn hier ein Campingplatz? Direkt vor uns Hier hinter dem Hause Kleiner Campingplatz Ach, da hinter Ja, genau, da ist ja auch So ein kleiner Campingplatz Oh, der blauer Ja Nice Ähm Ich guck mal, ob ich mich hochbaue Warte Ich geh zum Campingplatz Du baust dich hoch Weil hier ist hier die Kiste Weil der Sturm kommt gleich Hier ist noch ein Medikit Hier ist noch ein Medikit Du kannst ja zum Glück stapeln Ich hab jetzt zwei Ja, zwei Medikits kann stapeln soll Ich hab noch eine Truhe Schlagen wir jetzt die Fenrohr habe ich, ne? Ähm Hier ist auch was auf den Bogen gefallen Jetzt hab ich noch Hier sind noch Mini Schilde Kannst du die noch mitnehmen? Weil ich hab voll Nee, 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 ich hab sechs Stück Das reicht, komm, komm, komm Okay Das müssen wir schnell in die Zone der Sturm Äh, ich seh schon Oh ja, echt Ich lauf grad auch Ich hab aber zehn Verbände und Unter mich Was ist ein Sprungpad, oder? Ich hab ein Sprungpad, ja Aber hier bei der Zone lohnt sich das noch nicht Lohnt sich gar nicht Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich noch reinkomme Du sollt mir spät in dem Fall 5er Schadenzone kommen Ja Beziehungsweise Ich hab ne Idee, wenn wir gleich Wenn die Gegner gleich ne Burg haben Also sich so ne Fest Ja sowas Dann springen wir da mit Sprungpad rein Okay So ich hab von hinten und holen die alle Ich hab acht verloren, ich hab 92, lohnt sich nicht Ich hab was für dich Ja, äh Nice, danke Ich hab ne blaue Ich hab ne blaue Ich Ich Die ist auch voll nachgeladen Die hat 30 im Magazin Nee, ich geb doch nicht Ungeladen Das Problem Hm Und die anderen Und die anderen Die anderen hatte ich ja schon Ich hab 104 Schuss für die und du Ich hab 104 Arches 18 118 Achso 18 ein bisschen weniger Ich hab ich gedroppt Äh, wir müssen nicht allzu weit laufen Weil bei uns wird die Zone nicht so schnell sein Ich würde aber hingehen Weil ich möchte Ja Aber Aber nicht nach Süden Doch, bei uns ist die sehr schnell Robin Bei uns ist die am schnellsten Naja, nicht am schnellsten Unten aber Deswegen würde ich nicht nach Süden gehen Ich würde eher nach Norden gehen Weil da wird die Zone langsamer Wenn wir da hingehen Da können wir ein bisschen chilliger laufen Ja, lass zu Dusty da hingehen Beziehungsweise lass Salty Nee, Salty ist nicht mehr drin Äh, hier hin Ich würde über Dusty gehen und dann da vorne lang Achso, zur Fabrik, ja Ja, auch nice Okay, dann lass Lass oben rum Links Am Weg Vorbei Ich bin mit meinem Equipment noch nicht so zufrieden Wir bräuchten mal einen G-Schnur Ich habe immerhin jetzt ein Zielfernrohr Das eine Weil damit kann immer etwas auf Distanz machen Ein Sniper wäre besser Aber besser als nichts Ja Wenn wir eine Sniper haben, kann ich den ankriegen Ja, okay Da hatte ich Ich hab Sturmgewehr für Hier vorne ist jemand verreckt Hier liegt was rum Soll ich die Verbände, die brauchen bei mir keinen Platz Ja, wenn wir keinen Platz verbrochen Rauchgranate brauche ich nicht Äh, oh jetzt, nein Jetzt hab ich zu viel Verbände Warte mal, ich muss das Sturmgewehr nehmen Es waren irgendwie sieben Verbände oder sowas Es war nicht, es war keine gerade Zahl Also gerade nicht gerade, sondern im Sinne von Ja Passend Alles 15 und so Ja Ähm Deswegen war da irgendwie noch zwei übrig Soll ich die Granaten mitnehmen oder legen? Na, der Mate macht das glaube ich Hier sind ganz viele Mates Ich brauche nicht, weil ich, da müsste ich wieder was ablegen von den Sachen nicht Die müssen von den Mates weg, Robin Mh Weil ich finde es langweilig einfach so den Sieg Ja Das mal gucken, ob wir gehe ich noch Ähm Die sind bestimmt nicht hier, wo die ganzen Mates sind Ich würde sagen, die sind alle Die sind alle Leute Ich sehe ein Ich sehe ein Wo denn? Auf E läuft gleich einer Auf E? Wo denn auf E? Da vorne siehst du nicht? Ach da vorne unten, ja doch Na klar Ich hab ihn Und du staubst ihn mir ab Vorne ist noch einer Ach der, das ist ein Gegner Ich hab ihn auch Und du staub mir den nochmal ab Tch Ne, den hab ich nicht abgestoppt Ich hab mindestens 4 Hits gemacht Bei dem Jojojojojo Ist so Jojojojojo Aber den Händen hast du mir schon ein bisschen abgestoppt Ja, ein bisschen Da hab ich aber auch 2 Hits gemacht Äh, welche, was hast du so episch bekommen? Uh, der hat ne Sneaker Nice Ich nehm die blaue Schrotze auch Weil die ist besser als meine grüne Ich hab die Kisten Ich hab die Kisten Ich hab die Kisten Medikids So Dann nimm den Verbandskasten mit Meunig Welchen Verbandskasten? Der Lala Hä? Oder den hat der teammate schon genommen Der hat der mate genommen Weil hier liegt nichts mehr Ich hab jetzt die blaue AR mitgenommen Äh, warte mal kurz Ich bin ein bisschen weit hinter dir Irgendwer schießt auf dich, ne? Vom Berg Oder von unten Ja, ich seh's Von unten oder vom Berg? Äh, von unten Ja, wusste ich halt nicht Hab der jetzt von unten kamen Ach so, scheiße Wo ist denn der? Hä, wo ist der Typ? Ich, ich, ich Ich hab keine Ahnung wo der sein Oh, der ist direkt vor uns Ach so Scheiße Er hat mich Ey, der Er finischt mich Nein, der hat, der wollte mich felschen, aber hat Ah, scheiße Okay, lass direkt noch ne Runde machen, oder? Ja Der wollte mich felschen, hat aber aufgehört kurz vorher Aber ich bin halt gestorben, weil du halt komplett doch trotzdem verlierst Zwei pro Sekunde, wenn du hier gestrickt bist Okay, noch ne Runde Fast mit 41 Nice Aber immerhin zwei Kills Also ich hab zwei, wie viel hast du? Ich hatte gar keinen Ruhm Ach so, ja, ich hab ja beide bekommen Also Du hast ja vorher Den erster, ich will nicht ein bisschen abgestoppt, da hab ich Da hab ich nur zwei Hits gemacht, mein ich Hatte der Schild der Erste Beide hatten Schild 100, Robin Ja, den zweiten, da hab ich den Schild weggeschossen, teilweise Beim zweiten hab ich mindestens ein Schild und mindestens drei Normale Hits gemacht Aber den zweiten hab ich nicht abgestoppt Den ersten, ja Da hab ich, äh Ein oder zwei Normale Hits gemacht, zwei mein ich Den zweiten hab ich aber eigentlich Größenheits bekommen So, wovon wo kommen wir? Wo werden denn nicht so viele Mails? So, noch mal Nochmal, nochmal Anarchy Anarchy Dosen Wovon Wovon Ja, ich bin auch draußen Gehst du zu dem großen? Zu dem großen Stall Ja der heißt okay ich gehe ganz hinten zu dem haus und was mit dem baum welcher war ja ich gehe nach vor uns lang ich gehe glaube ich ja ich gehe rüber sie los holt ihr die langen sie los die silos da ist mindestens eine kiste fliegt schon einer hin da fliegt schon einer ich lasse es ich gehe doch zuerst gehe ich noch zu den dinge hier oben ja ich bin hier wo ich bin nein der dazu weihnachtsformen oder soja ich bin jetzt ich bin jetzt in diesem big mac ding da aber wenn du das gemeint hast dass sie von vielleicht mit einem falschen ding ich bin auf jeden fall ist das den größten stahl ich meine es ist der größte stahl wo ich drin bin oder wo hier ist gar nichts doch nur mein glück ist bei mir digga vor mir läuft einer mit schocker um ich denke mir so okay das war es mit meinem leben scheiß jetzt gar nichts wo ich bin ich habe noch nichts oh mein gott ich habe den granatwerfer dem mädchen stilte oh mein gott und als kleiner bei hier liegt nur muni einem raketen mit ich brauche ok ich habe keine raketen glaube ich ich kann mal gucken gleich ob ich doch welche aber ich bin keine hilft auch einem keine schildsachen wo ich habe nur revolver ey was ist das für eine scheiße ich habe zwei schildtränke ich gehe nach nebenan hier ist eine kiste vor wenn ich habe hunderter schild für dich nice wenn du zu mir komm ja warte ich hole mir kurz die kiste weil ich habe scheiße also ich habe eine revolver jetzt habe ich salve granatisch kommen ich komme ich habe ich habe drei schildtränke sie ist keine kiste mehr sonst waren ihr gegner viele ich habe kein gegner bisher gesehen ich dachte bei einer mit der shotgun noch das baum ja kann auch selbst ein mädchen die kleine erst die klein erst die kleine macht keinen ja ich habe ich habe ich habe es einfach wechselte ich falsch rum genau und habe ich trotzdem kein 100 gehabt so genau erst ich habe eine mal die großen granatwerfer welchen schneeball der war ich schon drin glaube ich nicht von recht und da war ich dann die kiste mich gelootet hier ist nur ein revolver drin revolver kann ich will ich gar nicht beziehen der trifft gegen leger nicht du musst einmal gucken hier sind über munitionsbehälter an den kisten ach so ja okay und lassen das kommt gar nicht liegen er wurde damit nicht allzu gut spielen darf kannst lassen den pump gar nicht wo waren deine pump gun ja ich habe ich gegenüber von der kiste ach so ich wollte erst mal schnell zu dir rüber deswegen habe ich jetzt nur auf kisten geachtet und auf richtig gute sachen die gewöhnlichen habe ich alle gar nicht mitgenommen der drin waren die wollte ich später noch nehmen soll da vorn okay dass da vorne wenn wir glück haben ist ja noch was wir sind aber auch ein paar war ja die sind alle in tomato town die ganzen mails hier ist eine pump dann da hinten ist die eigene schatzkiste hier hinten lass mir mal die kiste ja ich baue die nummer aus der mission hast du mission für kiste nicht dass ich wüsste soll ich die smg nehmen hat heute morgen eine kisten mission okay ich nenne die smg mit wenn du nicht haben willst ähm blauer rr ich hab dir noch eine normale auch gedroppt nur normale was sind normaler r gedroppt ja dem anderen haus hä hä ja da bin ich gar nicht rein in einem kleinen stahl brücher muss ich noch mal hingehen aber ich sehe die dann nehme ich die salve weg ähm unsere mails sind nun tomato dann gehen wir direkt in die zone auf zu loot lake oder ja die gehen auch alle zu loot lake sehe ich grad aber tomato hat die schon gelooten die gehen jetzt auch alle zu loot lake ich würde sagen wir gehen ein bisschen von einem mails weg ja vielleicht unser tod heißen aber irgendwie auch langweilig wenn man da mit 30 mails rumrennt ja ist so du bekommst du bekommst du bekommst du bekommst du bist in derzeit sie richtig nervig wenn ein 40 sind wenn noch ein wo habe ich will mal wir kriegen die richtig hart ich glaube jetzt kamen flug leg ist b okay soll er versuchen die insel zu stürmen so ich bin circa 10 meter hinter dir warte ich baue hoch ähm ey ihn wer hat mich fast angeschossen ihn wer hat mich er ist hinter uns jetzt da hinten baut sich einer der trifft die ganze Zeit mit ganaten ne ne schneeballwerfer ich pushe den ich pushe den ich pushe den jetzt der ist alleine er war scheiße das hat gar nicht ey wie er finisht ne er finisht halt obwohl er weißer sich direkt hin sorry ja ist nicht schlimm hey warum ja ich hätte es schneller agieren müssen ich bin ja links rum aber das war zu lang werden beide rechts rumgemussten hätten wir den bekommen ich dachte er wäre noch in den dingen drin der ist der hat mich glaube ich gehört und ist außen rumgelaufen und habe mich da vor seite abgeschossen ja sonst hätte ich immer schon gerechnet dass er zu mir kommt ich dachte halt ich könnte überraschen dann hätte ich ihn halt bekommen wenn ich wenn er da drin gewesen wäre auch mit dem sturmgewehr mal egal wo sind denn die ganzen gegen vielleicht aller flut legt da unten laufen ah ne ich sehe nur die pfeile nicht ah da vorne ist einer sind das die alle auf der base ich möchte hier auf der base auf jeden fall holen ich habe noch ein nieder gestreckt ich habe zwei nieder gestreckt da vorne da hinten läuft glaube ich einer an dass die oder war es ein und auch ja 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 vor mir ist ein gegner ich kann ihn nicht treffen das aber ein gegner weil ich kann ihn auch nicht heilen wir scheinen zu gewinnen die aufnahme können wir doch mal nehmen dann sieht man mal ein spiel aus meiner sicht ja können wir machen wir haben ein paar kills gold sind das sind alles mails mal niedergestreckt und kein köln warum ich habe die bei dir gestreckt und und du siehst ich habe zwei kids bekommen der vor ich habe doch gerade zwei niedergestreckt das ist so gesehen ich habe ja hast du aber die köstlich überlebt haben haben sie auch nicht aber jetzt habe ich einen tod die sind da noch im wasser ach so recht ich habe nämlich keinen mehr im wasser gesehen hey bei mir steht sie immer noch null kills bei dir in der ecke oder es oder wird zeigt ja meine statistik und zeigt der meine statistik an um deine ach so weil er noch null steht ich dachte es wird dann jetzt bin ich bei allen vielleicht finischen jahre nach 50 50 weil ja weil man finischen muss damit der gegner tot ist eben aber er hat sehr früh da war ein pfeil und der finish der war so killgeil ich habe noch zwei schildtränke und bin selber auf 200 euro bin das ist aber richtig gutes equipment du hast repetiert Sniper mein ich oder nenne heiße nicht mehr da nicht aber er ist so gute blau oder hast du blauer erne oder er macht die so hart Platz der im Prinzip keine Chance mehr ich hätte ja wir werden ihm erschaffen jetzt 24 mal mehr da kann man da hinten läuft läuft da einer ist das der da hinten ich würde nicht von hier findet das von munition eigentlich verschwendet oder er muss aber gefinisht werden wenn er da oben gehielt wird ist ein kill von mir weg und die haben man ach so ja der muss gefinisht werden guck mal noch 7 die werden richtig wie ich dachte weil er jetzt alle maids hochlaufen die werden dann wahrscheinlich ekeln wenn er da alleine ist aber wir gewinnen aber guck jetzt die haben wir da die haben wir schon wieder drei verloren okay jetzt haben wir zwei verloren vorne als wenn kein schuss drauf schildet das dort ob er wie viele kills du hast wie viel geht das wird ich will mal den last kill 30 gegen 4 habe ich einmal fast in einer runde mal nicht da ich in fast nicht noch nicht den letzten kill gemacht raus naja meine ich nicht fort und hallo da wo sind die letzten hast du sehr schon nicht den letzten kill gemacht weil du hast doch so komische du hast doch so ein hänge gleiter bekommen ja den bekommst du ja ich hatte ich die letzte kill gemacht da als ich bekomme hänge gleiter bekommen vielleicht bekommt man nur einhalten oder den einen regen schämen oder den einen fall nicht viele gute spieler haben dann halt auch weil ich aber als ich den bekomme habe ich nicht die letzte kill gemacht ja okay erbischer sieg das ist ein guter gutes runden ende oder ja so das war es heute bis zum nächsten mal tschau tschau tschau